Heberier lieber mal dein Haus. Scheiße Haus. Ja, das weiß ich. Ich weiß aber nicht, wie es war. Weil wenn ich sowas sehe, vergeht mir direkt der Spielspaß, wenn ich so ein hessiges Haus sehe. So das kaputt ist. Nee, wo ist denn jetzt der dämliche Clothstone? Ich find ja auch nischt mehr. So zwei... So, ich mach zwei in der Schnitzeljagd. Wenn du nochmal hinterher fliegst, dann mach ich den Rest kaputt. Natürlich flieg ich dir nicht nochmal hinterher. Okay, du hast gesagt, du fliegst mir nicht näher, das reicht jetzt. Hä? Jetzt mach ich den oberen Flach kaputt. Hä? Was? Ich hab gesagt, ich flieg dir nicht hinterher. Du willst mich provozieren, oder was? Das ist heute scheiße. Ich will nicht provozieren. Ich will nur sagen, dass ich's nicht mache. Und dass es für mich normal ist, eigentlich. Warum sollte ich das jetzt nochmal probieren, so'n Scheiß? Das wär doch komplett dumm. Ich muss jetzt aber weg, schon. Ich mach grad Schnitzeljagd, die machst du jetzt fertig. Ja, aber dann muss es schnell gehen. Ich kann jetzt nicht mehr lange. Okay, dann schau mal in meine Folge. Naja, ich nehm eh die ganze Zeit noch auf. Dann flieg mal los. Als erstes muss das Dominiks Haus zum Eingang. Ja, Moment, ich bin grade noch im Baurausch. Du baust ja bestimmt noch, oder? Wo bist du grad? Naja, ich bin fertig. Wir haben Western gut hinbekommen. Naja, gut, du wolltest vorhin nur auf Gomme spielen, da war ich bereit. Also, an mir lag's jetzt nicht. Ja, guck mal, ich hatte jetzt ja ab auf Eingangs. Wenn Topfetech vorbei ist. Also, das ist dann Ende Mai. Das war's. So, naja, jetzt hab ich erstmal wieder ne Grundform, wenigstens. Ah, ich muss noch Items loswerden. So, tue ich das mal ungefähr. Warum sind ja eigentlich so viele Pigments? Die spawnen alle wegen dem Portal. Das ist ja so ne Farm, weißt du. Also nicht mit Absicht ne Farm, aber unabsichtlich halt. Hier als erstes musst du Dominiks Haus gehen. Und rein direkt, oder hier davor? Ja, ja, du siehst ja, du musst ja danach suchen, wo es ist. Achso. Und wie erkenne ich das? Steht das irgendwie mitten im Raum? Da ist ein Schild. Da müsste ein Schild stehen. Clown verboten. Das ist das einzige Schild. Ja, man muss richtig suchen. Äh, also ich seh keins. Hä, ich kenn doch das Haus. Ich war doch hier auch schon öfter. Vielleicht hier oben bei den Farmen, oder was? E-Bots für Täter aus dem SICK. Naja, wenn du die grammatikalische Sprache nicht kannst, und kein Deutsch versteht, kann ich nichts machen. Naja, ich hab's ja gehört alles. Naja, bei Dominiks Haus und in Dominiks Haus ist ein großer Unterschied. Achso, draußen. Ja, wow. Rewe. Hä? Ein schöner Apo. Ach, ich brauch Essen. Oh, Steak. Danke. So, ich hoffe, ich flieg zum richtigen Rewe. Es gab ja hier mehrere. Ah ne. Ne, doch ein Rewe auf dem Shopping-Distrikt, glaube. Und dann hier den. Zumindest war der andere gesponsert von Rewe. Soweit ich weiß. Und, ah, was steht hier? Atomkraftwerk. Oh ne, da leckt's wieder. Lass mal kurz stehen. Ich will kaum, dass es auch ein Spectator gibt. Okay, es geht ja los mit seiner Sicht. Achso. Okay. Na dann mal schauen, wo das hier sein soll. Ah, hier. CRM Base. Lol. Hä, wo ist eigentlich dein Grundstück? Achja. Hat die Nether-Portal die Base? Ne. Da musst du schon hinfliegen. Hinter dem Atomkraftwerk. Hinterm Atomkraftwerk. Hinterm Atomkraftwerk? Achso. Hä, ich hab komplett vergessen, wo die ist. Ich weiß nur, wo die in Topfetech ist. Ah, da raus. Du siehst ja davon die Biegenstrahlen. Achja. Du musst den Eingang suchen. Mensch, das ist so versteckt hier. Da ist ein Schild. Fertifox. Ah, stimmt. Dann links siehst du dieser kleinen Wasser, was aus der Wand rauskommt. Dann da schwimmst du durch. Ahja, dieses Wasser. Das suche ich doch. Musst du gucken, wo das Schild ist. Fliesprachteil suchen. Na, ich flieg mal hier durch. So. Voidkeller. Ach. Das gibt's doch nicht. Einfach umsonst der Eier geflogen. Hä? Richtig tief reingeholt. Dabei war es direkt in seinem Haus. Oh Mann, ey. Ah, das war ja wieder klar, dass es so kommt. Na, Hauptsache wir haben mal wieder die CRM Base besucht. Da hat die auch mal wieder einen Nutzen gehabt. Ah, ich bin gespannt, was da für Einrichtung kommt. Ja, ja. Ich auch. Ich flieg jetzt einfach hier drüber. Das war fast so richtig, wo du irgendwo flogen bist. Nur halt in die falsche Richtung. Oh. Hey, wo ist denn... Der fliegt irgendwo nach Bagdad an da. Wo ist denn mein scheiß Haus? Ey, jetzt hast du wirklich alles verloren. Ich glaub, jetzt hast du komplett den Faden verloren. Na doch, ich weiß wieder. Hier ist Julius Grundstück. Alles gut. Wir kommen im Voidkeller. Ach, ist es das hier? Hm. Okay. Lol. Netherite. Hä? Zwölf Dears. So viel. Als ob. Gut, die Eier. Kann ich vielleicht eine Hühnerfarm bauen damit. Aber danke für die Dears. Ach komm, die Netherite, komplett egal. Aber komm, über die Eier ist dich auch sehr gefreut. Nein, danke für das Netherite auch. Oh, ich hab nen Krampf, Alter. Oh. Scheiße. Mal wieder, mal wieder haben wir kaum aufgenommen. Wir wollen jetzt mal so viel Aufhängung schaffen, jetzt mal ein TNCR8. Alter. Du willst TNCR8 als ein gutes Projekt bezeichnen. Ja. Naja, wir haben viel hier eigentlich hingekriegt. Findest du mittlerweile besser als die siebte Staffel? Ja, schon. Schon. Der Anfang war sicherlich turbulent, aber irgendwann ist es dann umgeschwenkt und man hat doch noch was geschafft. Also ich war ja dann auch noch ein bisschen produktiv. Der Getränkautomat, bist du bis heute stolz drauf? Ja. Man kann nicht alles gut haben. Nee, vielleicht können wir die Eistee wieder bauen. Ja, genau, ne? Würde ich auch sagen. Oh, ey. So. Jetzt muss ich erstmal die ganzen Items loswerden hier. Ey. Dann sortier ich das. Na gut, die Enderperlen. Ja. Sind jetzt nicht so schlimm. Na gut, ich beendere mal meine Folge. Also, das war's erstmal und dann tschau. Wenn das jetzt so schlimm, ist es ganz schön. Ich bin wegen des Hauses. Was.